Die Rückhand hat jetzt das Ziel bringen. Das ist unser Motto hier. Ender Traden ist halt zweiter Segel. Nur das fängt unten an, aber da kommt man vielleicht nachher nicht drauf. Also noch einmal, der geht also hier hin. Ein bisschen gebeugt der Arm. Armerbein vor Beinarbeit. Und pack, umgreifen, Rückhand. Ruhig auch hier Gewicht auf dem vorderen Bein. Bis der jetzt gefegt hat, dann ist sein Kopfbeug schon in der Ecke. Also vor allen Dingen kann man nicht auf einen machen. Das ist sprachlich schon gar nicht möglich. Deswegen braucht er gar nicht mehr zu kümmern. Deswegen braucht er ganz darum zu kümmern. Ja, der könnte jetzt einen Feger machen, weil der Gewicht auf dem vorderen Bein hat. Ich höre mal, ob der so schnell fliegen kann. Ja, gell? Ja, gut. Sollte jetzt ein Feger hin. Dann ist die Kürze. Okay? Und das gleiche natürlich auch auf der linken Seite. Ah, nie doch. Auch gleiche. Okay, jetzt. Und auf. So, eins. Ja.